130, schaut noch sehr entspannt aus, ganz locker ins Ziel. So, und die Endspurt, die 96, zieht wir mal an. Die 10, wenn Sie jetzt an der Pederlina, ist unser sehr junger Einzelgewinn, die es ausschaut. So, sehr gute Zeit, Stadtnummer 18. Und nochmal ein Punkt, der Plastik 64, der es auch gut geschafft hat. Wir sind jetzt knapp noch bei 10,5 oder 1 Stunde Superzeit über der Hitze. Das ist halt so unterwegs, ganz gut sein. Jetzt auch noch knapp und eine Stunde, jetzt sind wir noch Zeit, 2 zu 5. 29. So, Glückwunsch an die 21, die Wohnaufe, die Strecke. Stürzt uns aber was 2, seit meiner eigenen Sperrung, nicht noch gar Kotzki. Das ist so gut, kaum. Aber, das ist doch super. So, da wird es um eine gewisse Ziel zu machen. Hat den Winschatten genutzt. Bravo, Riktor, super. Startnummer noch vorne, Startnummer noch vorne, Startnummer noch vorne. Auch noch knapp und eine Stunde. Wir müssen stolz auf euch sein, tolle Leistung, sehr gute Zeit. Stürzer und Dr. Stefan, das ist ein sehr guter Tag. Stürzer aus der 1961, Herr Hallandauer aus Dreistatt. 65, guter Tag. Und wir können uns beholen aus der�hen Seite von der 2005. Für alle, die es schon geschafft haben, im Zitzing.